Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder das Acrylic Poring ausgesucht als Video für den Sonntag. Und ich habe diesmal tatsächlich eine Leinwand, die ich glaube das Video selbst habe ich noch gar nicht hochgeladen. Ich wollte von einer YouTuberin, nämlich Kalli Kessy, das DIY nachmachen, wo sie Seifenblasen malt. Und ich finde meins, es ist einfach nicht so schön geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Und dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden, dann die Leinwand einfach nochmal einmal zu benutzen und dann einfach was anderes drauf zu machen. Es ist ja immer schade, wenn irgendwie da Tatsache so ein bisschen die ganzen Leinwände weggeschmissen werden, nur weil das was drauf ist, nicht ganz so schön geworden ist. Man kann also nochmal drüber malen. Und das mache ich dementsprechend. Ihr seht die Farben, die sind so sehr gemischt zwischen so einem Aprikot und Grün und Bordeaux und auch Blau. Und oder Petrol, weiß ich nicht genau. Ich habe also auch überall das Ganze mit Silikonöl und auch das Weiß eben auch wieder mit dem Poring Medium alles ein bisschen verdünnt. Mit dem Weiß bin ich immer noch nicht ganz so glücklich, wenn ich ehrlich bin. Aber auch da werde ich hoffentlich demnächst eine Lösung finden, weil einfach mein Weiß, was schon vorgemischt ist, also was wirklich auch schon flüssig genug ist, war mir ja relativ schnell alle gegangen, weil man einfach vom Weiß mehr braucht. Also wer Acrylic Poring schon mal ein bisschen gemacht hat, das zeigen auch ganz viele auf YouTube, das Weiß ist einfach so ein bisschen dieses ausgleichende Medium, was da so ein bisschen die Farben, so ein bisschen auch die Basis bietet. Und dementsprechend war das halt relativ schnell alle und ja, was soll's, da musste man dann eben einfach durch. Und jetzt suche ich immer noch nach einer Alternative. Wie gesagt, das, was ich jetzt habe, ist halt sehr, sehr dickflüssig. Ich kriege es nicht so schön dünn hin, wie ich es mir gerne wünschen würde wollen. Und dementsprechend hoffe ich da so ein bisschen, dass ich demnächst eine Lösung habe. Aber ich hatte noch ein bisschen Schwarz. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich tatsächlich nicht mehr ganz so viel Schwarz hatte. Dementsprechend konnte ich das Bild nicht komplett schwarz gleich grundieren. Aber ihr werdet sehen, das sieht trotzdem toll aus. Also es ist anders, als ich gedacht habe. Ich habe irgendwie mit einer anderen Farbverteilung gerechnet. Aber das lag wahrscheinlich auch so ein bisschen an mir, wie ich die Farbe hin und her geschoben habe. Und dementsprechend war da jetzt einfach so ein bisschen alles anders, als ich dachte. Aber ihr seht, ich habe jetzt eben auch wieder dieses Farbeschichten mit Weiß, Grün, das Bordeauxfarben. Dann kommt auch wieder Weiß drauf. Wie gesagt, Weiß gehört für mich einfach zur Basis mit dazu. Und da schichte ich jetzt dann das Ganze, wie ich es sonst auch mache. Also auch mit dem Flip mache ich es halt sonst. Diesmal habe ich nicht den Flip gemacht, sondern den Becher auf die Leinwand rund umdrehen. Sondern ich habe es ein bisschen anders gemacht, das werdet ihr da gleich sehen. Das hatte ich auch bei anderen YouTube-Videos ab und an schon mal gesehen, dass die das auch so gemacht haben. Und bei dem Bild bot sich das jetzt einfach an, dass ich da einfach nochmal ein bisschen was ausprobiert habe. Weil das Bild davor war ja schon mal nicht schön, also konnte jetzt nicht wirklich viel kaputt gehen. Ja, ansonsten, falls ihr meinen Kanal abonnieren wollt, dürft ihr das natürlich gerne. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Es ist so schön, wenn man sieht, dass da Tatsache Menschen sich das gerne anschauen wollen. Lasst gerne einen Kommentar auch rein, falls ihr Fragen habt oder falls ihr auch Wünsche habt, was ich gerne mal ausprobieren soll. Ja, sagt gerne Bescheid. Wie gesagt, Abo, Kommentar und einen Daumen nach oben. Ich freue mich über jedes. Also dadurch ist es für mich halt immer sehr, sehr schön dann. Und genau, jetzt hole ich mein Bildchen wieder hoch, damit ich halt das Ganze machen kann. Und jetzt, erstmal so sieht der Becher übrigens immer aus. Ich liebe es ja, wenn ich übersehe, wie sich diese Farbe da stapelt. Und diesmal habe ich, wie gesagt, den Flip nicht gemacht, sondern ich habe Tatsache das rauslaufen lassen. Und alleine diesen Effekt finde ich ja immer schon unheimlich toll, dass das so nicht bleibt, weiß ich ja. Gerade in dem Moment, wenn man dann eben seine Farben hin und her schwenkt, ist das ja dann immer, dass das sich nochmal verändert. Aber wie geil sieht das immer aus. Ja, ich gucke auch immer, dass ich jeden Tropfen Farbe rauskriege. Wie gesagt, ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, dass ich ganz oft eben halt auf einmal zu wenig Farbe hatte und irgendwie improvisieren musste. Das ist aber Tatsache immer eine Gefühlssache. Man lernt mit jedem Bild, was man macht, einfach dazu. Und genau, wäre so ein bisschen enttäuscht, dass das heute wieder Acrylic Poring ist. Ich bin dran. Ich habe auch schon mit Epoxidharz wieder was gemacht. Aufgrund dessen, da das aber ein Geburtstagsgeschenk ist, konnte ich das Video jetzt noch nicht hochladen. Und das wird aber kommen, meine Freundin, die hat also in Kürze Geburtstag und dann kann ich das Video mit dem Epoxidharz also auch hochladen. Also nicht enttäuscht sein, es kommt auch wieder Epoxidharz und dadurch seid da auch gespannt. Es ist auch wieder eine neue Form mit dabei, die ich ausprobiert habe und genau. Ansonsten, mir tut es übrigens unheimlich leid, dass ich manchmal die Leinwand dann so halte, dass ihr das eigentlich gar nicht sehen könnt, wie die Farbe sich hin und her verschiebt. Aber ich denke nicht immer dran und das tut mir leid. Ich gelobe Besserung, dass ich da so ein bisschen mehr darauf achte, dass ihr das dann auch sehen könnt. Und dadurch, da ich halt, ich arbeite halt in der Küche. Das heißt, ich habe da nicht ganz so viele Möglichkeiten, um zum Beispiel auch meine Kamera anders hinzustellen. Und dann, auch da werde ich mir wahrscheinlich hoffentlich was anderes überleben können, damit ich da so ein bisschen euch das einfach auch schöner zeigen kann. Aber aktuell ist es so und hoffe, ihr könnt da jetzt trotzdem ganz gut mit leben, wie es aktuell ist. Und wie gesagt, ich kümmere mich drum. Ich hoffe, mir fällt da demnächst was ein, wie ich das in meiner Wohnung am besten machen kann. Und ansonsten, ihr seht schon, wie das Ergebnis aussieht. Ich war so ein bisschen zwischendrin dann enttäuscht, dass mir die helle Farbe so ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber das lag tatsache wahrscheinlich wirklich einfach an mir, wie ich die Leinwand hin und her gemacht habe. Und dadurch ist mir einfach die helle Farbe kaputt gegangen. Die war einfach weg. Ich habe sie dann leider nicht mehr wiedergefunden. Aber ich finde das Ergebnis trotzdem sehr, sehr, sehr schön. Das hat so einen Unterwasser-Stil, zumindest in meiner Vorstellung. Ich weiß nicht, andere, die jetzt wahrscheinlich schon mal getaucht haben, die sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich fand es trotzdem, das hat so einen Unterwasser-Style für mich, für meine Verhältnisse. Und dadurch ist das dann für mich der Unterwasser-Stil. Ich gucke auch immer so ein bisschen, schauen halt, sind die Ränder alle mit Farbe bedeckt gewesen. Beziehungsweise die Leinwand ist ja ein bisschen größer als sonst. Und dadurch hatte ich jetzt so ein bisschen zu kämpfen mit der Folie, mit der Abdeckfolie. Aber ansonsten habe ich halt so ein bisschen geschaut, dass halt wirklich auch die Folie nicht dran festklebt an dem Bild. Auch das ist wichtig. Ich lasse es in der Regel immer mindestens ein, zwei Tage trocknen. Also eher zwei als zu wenig. Ich will es immer nicht kaputt machen. Ich will tatsächlich einfach schauen, dass ich keinen Fingerabdrücke oder ähnliches drauf hinterlasse. Und dadurch ist mir das tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass es gut durchgetrocknet ist. Und ja. So, und hier seht ihr dann nochmal das Bild im trockenen Zustand. Und wie gesagt, ich finde Tatsache das sehr, sehr schön geworden. Es sieht meilenweit besser aus als das, was vorher drauf war. Und dementsprechend, glaube ich, ist es eine tolle Möglichkeit, da jetzt Dinge auch nochmal zu übermalen. Falls man sich jetzt irgendwie auf einer Leinwand mal vertan hat, kann man also mit Acrylic-Poring nochmal was ganz Schönes draus machen. So, ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt jetzt noch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, gerne Abo, Like und Kommentar gerne hinterlassen. Ich freue mich, egal was ihr gerne macht, es ist alles freiwillig. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Es ist bei mir hier zumindest in Berlin ein ganz toller Herbsttag. Und genießt die Zeit und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.